Bist du des Wahnsinns? Ja! Das ist ein Riesenschwein! Oh oh, der Perfurt-Australien! Ja, das geht doch! Ui, der Schwede! Hallo! Ja, genau! Wir schaffen es! Ich meine, Damage fühlt sich nicht so auf die Dickeln an. Was ist die Kuh? Eine Mine. Boah, weiße Buff-Behaltung. Du müsstest viel ausweichen. Oh, der ist schon rausgefunden, ob er am Kopf mehr Damage macht. Zumindest den Bauch macht er gut. Und ihr könnt die Kuh drucken und dann einen Buff-Behalt stellen und dann einigen die alle. Oh, der hat mich mit dem Schwanz auf dem Auge. Oh, der hat mich mit dem Schwanz auf dem Auge. Oh. Oder ist dein Problem. Nein, der hat mich mit dem schwarzen. Ach, was ist mir da hinten? Also, er macht den Kuhn. Oh, du bist eine Minute. Aber der oder anderen Seite leistst du dich an, Pflvenant ist schwarzen! Was macht ihr da? Ja! Boah, das war knapp. So, der Monster Strike, da war ich gut. Beast to this Vantage. Auf dem Schäden machst du kein Hund schauen, oder? Aber ich habe den Kopf geschaut. Oh-oh. Uh-oh. Die machen schon mehr Schauen gegen Mächte in den Monster eigentlich. Ey, der Monster ist der absolute Hammerbiss jetzt gewesen, gell? Sag ich euch nur. Das war das schlimmste Fick bis jetzt. Aber der ist das schlimmste. Wow, oh, der Schwede. Direkt, eigentlich. Ja, genau, mal für Sicherheit. Und die Fickers sind da halt dumm. Das ist das coole. Das ist geil, ne? Ja. Ich will auf dem Schädel schießen, wenn möglich. Oder eigentlich immer auf dem Schädel schießen, wenn möglich. Er muss immer Schaden verlieren in der Treppe. Ich finde, das ist der CB-Strone eigentlich nicht geil. Ja, ich bin wenig Schaden muss für mich. Das ist möglich. Ja, ich bin wenigstens. Deskunde, kleiner. Wie war's war? Ich habe noch einen 1, 2, 1 1, 2, 3 3, 4, 4, 5 3, 5, 6, 6, 7, 8 Die haben uns auf den Boden gekauft in der Kuh. Kannst du das hören? In der Kuh haust du so einen Boden und das kannst du einsummen. Gehen, Alter. Du musst ausweichen bei sowas. Ich bin gerade gestorben und habe ich gerade wiederbeleben können. Mir bitte Dank, dass du wiederbelebt hast. Habe ich mit einem anderen Mal. Ich bin gerade mit einem anderen Mal. Ich hab nur einen bekommen. Wo ist die Haube? Ich hab nur einen bekommen. Willi, wenn ich jetzt aber auch... Da kannst du noch gehen. So wie lang? Weiß ich leider nicht. Ja. Weiß ich echt nicht. Ihr wollt's ausprobieren und schauen, ob's es liegt. Damit ich das euch sagen kann. Warte, was ich noch mal ausprobieren. Alter. Man merkt, dass man auf einmal 100 Boots geschaut macht schlusslich. Ah ja. Und die Q gibt auch einen größeren Buff, wenn man sie zudem fällt. Alter, das ist wirklich sehr aufgeschaut. Aber ich muss da ein bisschen umschauen. Die Q gibt mir nur, ob sie spielt, dass man sie dazu macht... Egal wenn die Worte leichten. Ja, die. Oh, fuck. So damaged, come on. Are you, it's our number nine. What a both. Wow. Es ist so gut, die Mission. Ja! Ich glaub nicht, dass ich die Mission geschafft hab. Ich hab noch ein Haus-Einster. C! Ich war C gekriegt, Alter. S plus. Ich war A gekriegt. So, ich hab jetzt ein C gekriegt für welche Aktion, Alter. Ich finde, das ist ein Bronzer. Du darfst nicht verwenden, wo es kommt. Wenig Schaden. Also, es ist gut, wenn die Bronzer läuft. Ja! Ja!